Lieber Christoph, ich freue mich sehr, dass wir heute hier zusammen sitzen. Erzähl mir mal, was machst du genau bei Zeiss? Ja, ich entwickle zusammen mit meinem Team Optiken für die Lithographie. Mit Lithographie werden die Halbleiterchips in der Halbleiterindustrie hergestellt. Lithographie bedeutet was genau? Lithographie bedeutet tatsächlich, ich habe es nachgeschaut, griechisch Litho-Stein-Graphie-Schriftzeichen. Und das ist ein Druckverfahren. Chips werden mittels eines Druckverfahrens hergestellt. Nicht mit Steinen, mit Fett drauf, nein mit einer optischen Lithographie. Okay. Mikrochips sind eigentlich überall in unserem Alltag irgendwo integriert, oder? In den meisten Haushaltsgeräten, elektronischen Haushaltsgeräten, sind Mikrochips verbaut. Im Geschirrspüler, im Ofen. Ich kann meinen Geschirrspüler von außen bedienen. Ja, ich kann ihn starten. Du könntest ihn jetzt hier anmachen? Ich könnte ihn jetzt anmachen. Und natürlich sind Mikrochips auch in naheliegenden Sachen drin, wie im Computer, im Laptop, wie in Smartphones. Ich habe übrigens ein Smartphone mitgebracht. Und so sieht ein Smartphone aus. Da kannst du sehen, die Elektronik. Und so sieht ein einzelner Mikrochip aus. Also dieses kleine Plätzchen, das ist das Gehirn des Smartphones. Oha! Der ist aber auch sehr klein. Sehr klein. Die haben variierende Größen, aber sind im Prinzip sehr klein. Kannst du ein bisschen dazu erzählen, seit wann diese Mikrochips schon die Welt verändern? Begonnen hat es eigentlich 1947 mit der Entdeckung des Transistors. Und später wurde dann das populäre, oder manche kennen das, das Moorsche Gesetz durch Gordon Moore formuliert, wonach die Transistordichte sich alle zwei Jahre verdoppelt. Ich wusste tatsächlich nicht, dass Zeiss schon seit über 50 Jahren so eine wichtige Rolle in der Halbleiterfertigung hat. Aber du musst noch mal erzählen, was macht Zeiss jetzt genau? Wir machen die Optik für die Lithographie-Maschine von ASML, also das Herzstück. Und je kleiner die Strukturen sind, die wir abbilden können mit der Optik, umso mehr Transistoren können wir auf die Chips packen. Und umso leistungsfähiger werden die Transistoren entsprechend dem Moorsche Gesetz. Und damit schafft man es, Strukturen zu realisieren, die 5000 Mal kleiner sind als der Durchmesser eines menschlichen Haars. Spannend. Und so schafft man Chips, die sogar 200 Milliarden Transistoren haben. Und diese Optik, nur um ein paar Zahlen zu nennen, die Projektionsoptik, die also die Strukturen von der Fotomaske dann auf dem Chip projiziert, wiegt 12.000 Kilogramm, ist aus 40.000 Einzelteilen zusammengesetzt und wegen der Wellenlänge, weil es kein transparentes Material bei 13,5 gibt, also Glas ist dann nicht mehr transparent, ist sie aus Spiegeln aufgebaut. Und die Spiegel muss man natürlich auch perfekt positionieren, damit die Abbildung funktioniert. Und die Positioniergenauigkeit ist so gut, dass wenn wir einen Laserstrahl auf dem Spiegel beleuchten würden und dann auf dem Mond projizieren würden, dann wären wir imstande, einen Golfball auf dem Mond zu treffen. Das ist unglaublich. Wow. Okay. Sollen wir uns noch mal einen Tee holen? Ich brauche jetzt einen Tee. Ja, ich auch. Wunderbar. Ich finde es so spannend, was man alles mit KI schon machen kann und auch in Zukunft schon machen wird. Aber gerade bezogen auf die Gesellschaft und die gesellschaftlichen Herausforderungen, damit kann man ja auch viel lösen, oder? Digitale Transformation ist ein riesiger Begriff. Ja, stimmt. Wir haben ja schon einige darüber gesprochen. Und es gibt viele Bereiche, in denen wir damit Herausforderungen, Probleme lösen können. Lassen wir mal vom Stiftungsgedanken von Zeiser kommen, wo Innovation und insbesondere der Mehrwert der Innovation für die Gesellschaft für uns sehr wichtig ist. Und Menschen in verschiedenen Branchen und Bereichen erwarten, dass wir mit unseren innovativen Produkten ihnen helfen, ihre Herausforderungen und Probleme zu lösen. Wenn ich jetzt die Halbleiterindustrie nehme, dann können unsere Produkte helfen, faktisch leistungsfähigere Chips zu machen, die gleichzeitig auch energieeffizienter sind. Mit der Leistungsfähigkeit, mit dem Boost in der Leistungsfähigkeit kann wiederum eine neue Generation von KI geschaffen werden. Und das kombiniert, wenn ich das kombiniert, leistungsfähige Chips plus Unterstützung durch KI, kann man zum Beispiel in puncto schlanke Produktdesigns und effiziente Fertigung Ressourcen einsparen. Ein anderer Aspekt, der hier wichtig sein könnte, ist das Thema Mobilität. Ohne Mikrochips und KI ist ein autonomes Fahren nicht vorstellbar. Ein anderer Aspekt wiederum ist die Gesundheit. Mit Hilfe KI-unterstützter Bildanalyse können Ärzte zielgerichtete, fokussierte Diagnosen stellen und es können Krankheiten früh erkannt werden. Also als Prävention auch schon. Wenn sich die Technologie so rasant entwickelt, was würdest du sagen, was sind das für Auswirkungen, die Menschen haben? Müssen wir uns da mehr anpassen in Zukunft? Ich glaube, wie bei jeder neuen Technologie, die so einen Einschnitt bedeutet und die sich so schnell entwickelt und so viel Potenzial in sich trägt, geht es schon darum, die Chancen zu nutzen, sich zu adaptieren an der Stelle. Und ich denke, wenn man das tut, eröffnen sich viele neue Möglichkeiten, die wir ja tagtäglich sehen. Also wir sollten diesen Übergang gestalten, anstatt den gestalten zu lassen und uns überholen zu lassen. Wenn wir einmal in die Zukunft versuchen zu schauen, gibt es da so das eine große Ding, was kommen wird? Dann frage ich meine künstliche Intelligenz und meine Glaskugel und dann würde ich sagen, elektrische Schaltkreise in den Chips, gerade bei dem Thema, wenn man Chips zusammenfügt, dass man die über photonische Schaltkreise ersetzt, weil die energieeffizienter sind und höhere Leistungsfähigkeiten bieten. Eine Herausforderung ist ja faktisch, weitere leistungsfähige Chips zu bringen, aber die Energieverbräuche nicht explodieren zu lassen. Der andere Aspekt, der mir dann einfällt in dem Zusammenhang ist, mit leistungsfähigen Chips kann ich die nächste Generation von KI entwickelt, die dann Maschinen, intelligente Maschinen und Roboter ermöglicht, die auch autonomes Fahren ermöglicht im höchsten Level, würde ohne mehr Chips und künstliche Intelligenz nicht gehen. Also es gibt echt tolle Entwicklungen in die Richtung. Was glaubst du eigentlich als Anwenderin sozusagen, was die nächsten 10, 20, 30 Jahre an großen Anwendungen bringen werden? Das ist eine sehr gute Frage und auch schwierig für mich zu beantworten. Ich meine, ich arbeite ja viel mit jungen digitalen Startups auch zusammen und da spielt KI natürlich eine riesige Rolle. Aber genauso auch die Themen Blockchain oder Quantencomputing etc. Also da passiert schon sehr, sehr viel auf der Anwenderseite. Aber auch da kann ich das genau bestätigen, was du sagst. Also gerade im Bereich MedTech oder EdTech und auch FoodTech. Also überall gibt es gerade schon Innovationen und ich bin total gespannt darauf, was in Zukunft passiert. Und es ist schwierig jetzt schon zu sagen, was jetzt in 50 Jahren ist, weil sich alles eben so rasant entwickelt. Aber genau in die Richtung wird es gehen. Okay. Woran arbeitet denn Zeiss jetzt schon, was wir uns noch gar nicht vorstellen können? Wer das wissen will, sollte bei uns anfangen. Okay. Aber ich glaube, es ist klar geworden, dass wir Unmögliches möglich machen, dass wir Grenzen verschieben, dass Innovation Teil unserer DNA ist. Das heißt, ja, wir arbeiten an der Zukunft. Lassen Sie uns gemeinsam gestalten. Sehr, sehr gerne. Du, ich danke dir viel, vielmals für dieses tolle Gespräch, für diese superschönen Einblicke in deine und eure Arbeit. Danke auch dir für diese angenehme Atmosphäre. Vielen Dank. Danke dir.